Vellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner Live. Schönen guten Abend, willkommen bei Vellner Live. Und wir starten heute mit dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergowich. Der ist mir jetzt via Skype zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Hergowich. Grüß Gott. Herr Hergowich, ich würde natürlich gleich starten mit der schwarz-blauen Koalition, die ja heute offiziell verkündet wurde in Niederösterreich. Ist das auch ein schwarzer Tag für Sie? Weil bis vor, sage ich einmal, knapp zehn Tagen hat es ja so ausgesehen, als würden Sie in der nächsten Regierung sitzen. Ehrlicherweise glaube ich ja, dass das nie der Plan der Volkspartei war. Aber um es gerade zu sagen, natürlich ist es legitim. Jeder darf eine Koalition mit der Partei bilden, mit der auch eine Koalition bilden will. Aber wenn wir zurückblicken, wie denn diese Verhandlungen abgelaufen sind, dann war es ja so, dass wir mit einer Reihe an Forderungen in diese Verhandlungen gegangen sind. Die ÖVP uns gebeten hat, unsere Forderungen zu reduzieren, uns gesagt hat, wir sollen Ihnen unsere fünf wichtigsten Forderungen nennen. Und wir haben gesagt, wir haben natürlich viele Forderungen, wir können das nur dann machen, wenn wir das in einer ehrlichen, offenen, transparenten Art und Weise machen. Das heißt, wenn wir auch die niederösterreichische Bevölkerung darüber informieren, auf welche fünf Kernforderungen wir reduzieren, haben das dann auch gemacht und die ÖVP darüber informiert. Das war auch für die ÖVP in Ordnung. Und daher kann ich eigentlich nicht verstehen, dass man aufgrund dieser fünf Verbesserungsvorschläge, die, glaube ich, durchaus sinnvoll gewesen wären, die ganztägige kostenlose Kinderbetreuung, die zusätzlichen Jobs für die Langzeitarbeitslosen, der Heizpreisstopp, damit man sich das Leben wieder leisten kann, die soziale Absicherung und Anstellung der pflegenden Angehörigen und endlich Investitionen in die vernachlässigten Regionen, damit es überall wieder ein Bankomaten gibt, damit es Geschäfte gibt, damit Wirtshäuser wieder öffnen. Also ich glaube, das waren durchaus sinnvolle Verbesserungsvorschläge. Und es ist sehr, sehr schade, dass die ÖVP diese Verbesserungsvorschläge nicht mit uns gemeinsam für unsere niederösterreichische Heimat umsetzen wollte. Ihr Landeshaupt von Mikl Leitner hat das heute anders dargestellt. Sie hat Ihnen dann den Schwarz und Peter zugeschoben in der Pressekonferenz und hat gemeint, Sie seien eigentlich vom Tisch aufgestanden und hätten diese Verhandlungen abgebrochen. Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Darstellung, weil Tatsache ist ja, dass die letzte Verhandlungsrunde, die es gab, an einem Donnerstag um 13 Uhr hätte starten sollen. Uns die ÖVP dann gesagt hat, dass sie noch nicht ganz fertig sind mit ihren Papieren und etwas später kommen werden. Offensichtlich wollten wir da die Pressekonferenz um 13 Uhr vom Udo Landbauer abwarten und schauen, ob er wirklich das tut, was hinter den Kulissen offenbar schon lang vereinbart war, nämlich die ÖVP auch offiziell zu Verhandlungen einladen. Das hat er dann in der Pressekonferenz, all das kann man ja nachschauen und überprüfen, was ich sage, um 13 Uhr an diesem Donnerstag auch wirklich getan. Und daraufhin hat der designierte Klubbermann der Volkspartei, der Jochen Danniger, dann um 15 Uhr unseren Klubbermann, den Hannes Weniger, angerufen und ihm gesagt, dass sie die Verhandlungen mit uns vorläufig stoppen, nicht kommen werden, weil sie jetzt mit der FPÖ verhandeln. Und ich habe ja auch die letzten Tage wiederholt, Einladungen an die Landeshauptfond, andere Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei ausgesprochen, die Verhandlungen mit uns wieder aufzunehmen, weil ich glaube, die Verbesserungsvorschläge, die wir da für Niederösterreich gemacht haben, das wären durchaus vernünftige gewesen, wo man inhaltlich leicht hätte zusammenkommen können, wenn man denn das gewollt hätte und wenn man nicht offenbar schon lange Parallelverhandlungen mit der FPÖ geführt hätte. Aber haben Sie sich da verbockert? Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es ein Fehler ist, wenn man zu seinen Überzeugungen steht. Und ich kann auch eine Entscheidung von einem Dritten nicht beeinflussen. Wenn die ÖVP sagt, sie möchte lieber mit der FPÖ koalieren, dann ist das eine legitime Entscheidung der Volkspartei, die ich auch nicht weiter beeinflussen könnte. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Denn das Verhandlungsklima war ja immer ein konstruktives. Ich persönlich habe übrigens bis heute ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Johanna Mikl-Leitner, mit der ich mich sehr, sehr gut verstehe. Wir haben ja die letzten fünf Jahre in meiner Funktion als AMS-Landesgeschäftsführer mit der Landeshauptfonds sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe auch zu vielen anderen führenden Vertretern der ÖVP ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Da gibt es ganz viele, die mir geschrieben haben, dass sie das außerordentlich bedauern, dass sie die Verhandlungen mit uns gestoppt haben. Und ich bedauere das auch, weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel für dieses Land bewegen hätten können. Aber das ist eine Entscheidung, die ich natürlich zur Kenntnis nehme, dass die Volkspartei sagt, sie möchte hier lieber mit der FPÖ und Udo Landbauer koalieren. Jetzt ist es ja so, dass die schwarz-blaue Koalition Ihnen bei der Ressortverteilung die Butter vom Brot genommen hat. Wissen Sie schon, welche Ressorts Sie bekommen werden? Nein, ich weiß das nicht. Aber ich gehe davon aus, dass man mich die nächsten Tage kontaktieren wird, um mir das mitzuteilen. Und ganz egal, welches Ressort ich bekomme, ich werde das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ausführen und mein Bestes einfach für Niederösterreich geben. Aber ich habe es immer ganz offen gesagt, mir geht es ja nicht um Posten oder irgendwelche Regierungsbüros. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich ja alle Inhalte aufgeben und koalieren müssen. Aber mir war es wichtig, dass sich etwas für Niederösterreich bewegen, dass wir Verbesserungsprojekte gemeinsam umsetzen wollten. Und ich habe meinen Schwerpunkt immer auf Inhalte gesetzt, weil ich durch Posten nicht käuflich bin und dabei bleibt es. Was heißt denn diese schwarz-blaue Koalition für Niederösterreich jetzt in den nächsten Jahren Ihrer Meinung nach? Also für mich ist es vor allem die große Koalition des Jains, weil da ja zwei Parteien miteinander koalieren, die vorher ausgeschlossen haben, vor der Wahl miteinander zu koalieren. Mikl Leitner hat immer gesagt, für sie geht es mit Udo Landbauer nicht. Udo Landbauer hat immer ausgeschlossen, Mikl Leitner zur Landeshauptfrau zu wählen. Die beiden lösen das jetzt sozusagen durch einen Taschenspielertrick durch die Hintertür, in dem er sich da offenbar gegenseitig enthält. Für mich ist das ein bisschen so, wie wenn man bei einer Eheschließung vom Pfarrer steht und die Braut nicht Ja oder Nein sagt, sondern Jein. Was man von der Zukunft dieser Ehe halten soll, glaube ich, kann sich dann jeder selber ausmalen, wie man das einschätzt. Und was mich am meisten dabei stört, ist die mangelnde Ehrlichkeit. Ich finde, wenn ein Politiker was vor der Wahl verspricht, dann muss er es nachher halten. Aber wie man das beurteilt, wenn das nicht der Fall ist, das müssen andere, nämlich die Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich beurteilen. Dann würde ich gerne noch zu einem weiteren Thema kommen. Diese Woche war ja nicht nur von Schwarz-Blau dominiert, sondern auch von Rot. Und zwar in Wien in diesem Fall, beim Parteipräsidium und anschließend beim Vorstand. Sie waren da ja auch selber beim Vorstand zugegen. Sind Sie zufrieden mit der Lösung, die nun gefunden wurde, nämlich zuerst eine Mitgliederbefragung und im Anschluss dann einen Parteitag? Also Sie haben es eh erwähnt, in dieser schwierigen Situation habe ich mich wirklich in dieser Woche voll und ganz auf mein Heimatbundesland Niederösterreich konzentriert. Aber ich beantworte natürlich auch diese Frage. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der gewählten Lösung, weil ich glaube, dass es die Mitgliederbefragung etwas ist, wo es eine möglichst breite Basisbeteiligung gibt. Und ich hoffe sehr, dass diese breite Beteiligung dazu führt. Ich freue mich auch, dass wir einen Prozess gefunden haben, der übrigens einstimmig beschlossen worden ist, dass all das dazu führt, dass ich hier die Gräben wieder schließe und wir endlich alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Land wieder an einem Strang ziehen. Weil zu tun gibt es genug, wenn ich mir anschaue, wie die Preise in diesem Land explodieren, wo Geld verschwendet wird, dass man endlich etwas gegen die Inflation unternimmt. Also es gäbe so viel zu tun und da freue ich mich, dass wir einen Prozess gefunden haben, dass wir weg von der Selbstbeschäftigung hin zu politischen Lösungen für Österreich kommen. Das finde ich sehr, sehr gut, ja. Jetzt ist es so, es gibt zwei Kandidaten, die antreten werden, aller Voraussicht nach. Bleibt es bei zwei, vielleicht kommt noch ein Dritter dazu, aber auf jeden Fall treten an Hans-Peter Toskuzil und Pamela Rendi-Wagner. Wer von diesen beiden Kandidaten hat denn Ihre Unterstützung? Also Sie haben es eh gesagt, man weiß ja noch nicht einmal, wer aller kandidieren wird. Ich glaube, das muss man zuerst abwarten, auch schauen, vor allem wer mit welchen Inhalten ins Rennen geht, weil das wird mir ein bisschen zu oft in der Politik eigentlich vergessen. Am Ende des Tages geht es nämlich um Inhalte, nicht um die Personen, weil wer das feschere Sakot trägt oder einen sympathischeren Grinser hat, das ist mir eigentlich egal, sondern es geht darum, welche Inhalte vertreten werden. Und das werde ich mir sehr, sehr genau anschauen und dann entscheiden. Man hört immer wieder, die niederösterreichische SPÖ ist eher Team Toskuzil. Sie selber haben ja mehrere Mitarbeiter in Ihrer Parteizentrale aus dem Umfeld von Hans-Peter Toskuzil, unter anderem auch Ihr Landesgeschäftsführer war bei Hans-Peter Toskuzil einer Ihrer Pressesprecher, war bei Hans-Peter Toskuzil. Ist das so, dass es da gewisse Sympathien der niederösterreichischen Genossinnen und Genossen für Hans-Peter Toskuzil gibt? Es ist, glaube ich, noch ein bisschen einfacher. Ich suche mein Personal nicht, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nach einer Lagerzugehörigkeit aus, sondern ich entscheide in den Personalentscheidungen, die ich treffen kann, danach, wer was kann. Und ich glaube, das ist eigentlich auch sinnvoll und ich halte auch nichts davon, die Leute immer einzukasteln, der gehört zu dem Lager und der zu dem. Ich glaube, das ist ein Denken, das uns alle nicht weiterbringt, sondern es geht darum, wer was kann und wer eben nicht und ich brauche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die was können. Weil Sie vorher die Inhalte angesprochen haben, wo liegt denn Ihrer Meinung nach eigentlich der inhaltliche Unterschied zwischen Pamela Rendi, Wagner und Hans-Peter Toskuzil, weil für Außenstehende lässt sich der nur schwer erkennen? Ich glaube, das ist eine Frage, die Sie den beiden selber stellen müssen, aber ich kann, also es ist immer, finde ich, ein bisschen unfair, über andere Menschen zu reden, aber ich kann Ihnen gerne alle Fragen zu meinen politischen Inhalten beantworten. Bevor Sie mir die beantworten, noch ganz kurz, wie sehr hat denn dieser Wettstreit zwischen den beiden die Partei in den letzten Wochen beschädigt, Ihrer Meinung nach? Natürlich war das schädlich und das ist insofern ein großes Problem, als wir im Land ja im Moment vor wirklich großen Problemen stehen. Die enorme Teuerung, man kann sich das Leben immer schwerer leisten. Wir haben mit der Zerschlagung der Krankenkassen einen riesigen Schritt weiter in Richtung Zwei-Klassen-Medizin und da sind wir eh schon einen großen Schritt leider die letzten Jahre gegangen. Also es wird so viel im Moment in diesem Land gerade schlechter und wir müssen uns endlich darauf konzentrieren, dass es für die normalen Leute, für die Leute, die sich nicht richten können, für die arbeitende Bevölkerung, dass es für die wieder besser wird und da gäbe es so unglaublich viel zu tun. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, wo es nicht zählt, was jemand verdient oder wo jemand herkommt, sondern wo wirklich jeder eine ordentliche Gesundheitsversorgung bekommt, wenn er denn krank geworden ist. Wir brauchen ein System, wo man sich verlassen kann, dass wenn man im Alter pflegebedürftig ist, wenn Eltern, Großeltern, Schwiegereltern pflegebedürftig sind, dass die ordentlich versorgt und nicht im Stich gelassen werden. Wir brauchen Pensionen und das sage ich gerade als junger Politiker sehr bewusst, von denen man leben kann. Wir brauchen Arbeitseinkommen, von denen man leben kann. Wir müssen schauen, dass die Preissteigerungen endlich in den Griff kommen. Schauen Sie sich an, was sich da draußen tut mit der Mietpreisentwicklung, wie sehr Lebensmittelpreise in die Höhe gehen. Also da läuft gerade so unglaublich viel schief in diesem Land und ich glaube, hier gilt es aufzuzeigen, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eigentlich die einzig echte Alternative sind. Das hat man jetzt gerade auch in Niederösterreich gesehen, wo andere wie ÖVP, FPÖ jederzeit bereit sind, sich die Posten aufzuteilen und Hauptsache man kriegt ein paar Jobs und ein paar schöne Büros, alle Grundsätze über Bord zu werfen. Das ist eine Politik, die ich aus tiefstem Herzen ablehne, die ich für falsch halte, sondern wir müssen endlich schauen, dass wir die Probleme hier in diesem Land wieder in den Griff bekommen. Und da ist zuallererst einmal die enorm hohe Teuerung zu nennen. Da ist zu nennen, dass man von seinem Arbeitseinkommen endlich wieder ordentlich leben können muss. Da ist zu nennen, dass man sich sein Haus, seine Wohnung wieder leisten können muss. Da ist zu nennen, dass wir eine Gesundheitsversorgung brauchen, wo wirklich jeder zum Arzt gehen kann und die beste Behandlung bekommt, nicht monatelang auf irgendeinen Termin warten. Also da gibt es unglaublich viel zu tun und ich würde wünschen, dass wir wieder über diese Themen diskutieren. Und vor allem nicht nur diskutieren, das muss ich wirklich dazu sagen, sie vor allem auch endlich lösen. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Abschließende Frage noch, Herr Hergowich. Sie haben vorher Ihre persönlichen politischen Inhalte angesprochen. Können Sie sich vorstellen, vielleicht selber in dieses Rennen, um den SPÖ-Chef einzusteigen? Dann könnten Sie genau diese Inhalte in der Partei auch breitenwirksam transportieren. Sie werden ja immer wieder als Zukunftshoffnung genannt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sehr, sehr gern hier Landesparteiobmann der SPÖ in Niederösterreich und Sie haben es eh angesprochen. Da ist jetzt wirklich genug zu tun und ich werde mich mit voller Kraft auf diese Aufgabe konzentrieren. Also ja, das kann ich ausschließen. Herr Hergowich, vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach St. Pölten. Danke für die Einladung. Schöne Grüße zurück nach Wien. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Wir bleiben beim Thema SPÖ. Bei mir zu Gast ist gleich der Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker. Auch mit dem spreche ich natürlich über die Ergebnisse dieser Präsidiumssitzung, Mitgliederbefragung und Parteitag. Ist das eine gute Lösung? Und welchen der beiden Kandidaten er präferiert, muss ich gar nicht erst fragen. Bei Hans-Peter Toskozil und Pamela Rendi-Wagner. Die Wiener haben sich ja schon relativ klar positioniert hier für Pamela Rendi-Wagner. Aber wie sieht er und wo sieht er denn die Unterschiede zwischen den beiden? Dazu gleich mehr nach einer ganz kurzen Werbepause.